Die Seelenquelle ist natürlich jetzt auch so die Frage, ne? Und jetzt noch wirklich noch die letzte Frage? Wollen wir uns, glaub ich, am besten mal anziehen? So, sieht man vielleicht schon ein bisschen schöner aus, ne? So. Das ist das, was wir nicht mehr sagen. Die Welle vom Solvass. Ein Schader zu死. Was ist das? War er! 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 So, dann müssen wir jetzt mal schauen, wie wir da hochkommen. Auf jeden Fall ist hier auf und weiße Wasser und da müssen wir einfach durch. Das hilft nichts. So, wir sehen die Quelle vielleicht eben, was die ist. Da kommen wir auf jeden Fall durch. Wir müssen da hinten zur Tür. Die Linie auf haufenweise, tote Menschen. So, weiter geht's. Herunter ein bisschen. Ein Schild besorgen. Wir müssen uns jetzt ein Schild besorgen und dieses Schild haben wir da vorne. Wieso Schild bauen wir uns jetzt auch einfach mal ein bisschen an? So. Ups. Haben wir das jetzt genommen? Doch. Ja, haben wir. So. Wait! Do you hear something?! More to Arthur! Uh oh! Oh, jeep. Nope. We are going to need more than just that sword. That one had a bow. Get it! Die hat hier so eine schöne Waffe, die wollte ich eigentlich nehmen. Aber das wird wohl nichts. Schau, diese schöne Waffe können wir nicht nutzen. Macht aber nichts. Wo geht es denn hier weiter? Ach, da hinten? Ne, von da hinten kommen wir, oder? Ne, wir kommen von hier. Das heißt, hier geht es weiter. Und das ist hier diese Langbogenrüstung, die wir jetzt hier als Secondary Schwert nutzen wollen. Und damit können wir tatsächlich jetzt, ähm... Jo. Also, das können wir mit dem Mausrad verändern, was wir nehmen wollen. Mausrad dann verändern und dann haben wir jetzt dann zum Beispiel das Schwert. Äh, äh, das... ...Langbogen... ...la, ne? Archer zuvor! Best shoot them before they see us! Quack! Oh! We don't, we don't go! We don't, go! Leute, lass mich doch erstmal hier die Sichtung öffnen! Und vielleicht findet euch ja was schönes. Guck mal, 11 Gold. Nochmal 25, das ist doch schön. So, weiter geht's. Kingdom of Amalur Awakening Am 9. Februar im Handel erhältlich Eine rostige Beinplatte Hat auch was Wir haben hier hinten gerade noch was glänzend sehen Das wollen wir natürlich gerne Oh, das wollte ich eigentlich nicht zerstören, aber ist nicht so schlimm So, was haben wir hier in der Truhe? Ein abgewetztes Dokument und ein Dietrich Und wir nehmen natürlich alle 5 mit Das steht fest So Und dann geht's hier weiter So, in der Truhe haben wir hier Ein rostig-rostige Stumpen So, wir müssen natürlich hier So Sieht doch schon mal schön aus Gut, weiter geht's Drücke C Wir bräuchten jetzt eigentlich das Jetzt haben wir gerade die falsche Waffe wieder Weil wir müssen jetzt tatsächlich ein bisschen Langbogen machen Nur verbeulte Gurkhas Ja, und die sind auch gerade unten alle krepiert Weil da ein paar Steine geflogen sind So Ähm, Excel, was ist das? Ich glaube, du bist noch groggy, aber einfach weiter geht's Geh, geh, geh Geh So So, wir könnten jetzt hier Mana-Tränke benutzen Wollen wir jetzt aber nicht Weil wir hier haben wieder was Nämlich Spinnen-Memo Bezüglich der Spinnen Und das können wir tatsächlich auch einfach mal mitnehmen Kann man immer wieder gebrauchen Ähm Und wäre auch schön, wenn man das dann hat So, wir schauen hier kurz das nochmal um Was man hier vielleicht noch hat Ja, hier hinten haben wir dann nichts mehr Dann gehen wir einfach mal weiter Durch die Türen von Kindern Oh, 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 Kindern Awakening Also, Steuerung ist ganz einfach wie ASD Wie schon gesagt Hier ist Gold Da ist Gold Gold, Gold, Gold Eine Schatzkiste In dieser Kiste haben wir Abgetragene Handwickel Immer wieder was Schönes zu erleben Was man hier alles findet Na super Ja Die Spinne ist weg Das steht auf jeden Fall fest Und wir haben einen Staberhalt Und wir sollen diesen Stab ausrüsten Also, wir schauen uns erstmal an Verbeute Kurakas Sieht doch schon viel schöner aus Abgetragene Handwickel Ja Sieht auch schon schöner aus Diesen Birkenstab machen wir mal Als zweiten Bei einem Birkenstab Genau So einfach kann das gehen Not mehr Spiders Burn them Burn them Burn them Untertitelung des ZDF für funk, 2017